Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar meinem Weekend-Vlog Nummer 68. Ich bin mir vorhin nicht sicher, 68 muss das aber sein. Letzte Woche war das ganz komisch für die, die mich auf Facebook nicht verfolgen. Mein Weekend-Vlog kam, am Sonntag nicht, obwohl ich ihn extra am Freitag schon gedreht hatte und dann am Samstag habe hochladen lassen. Ich war am Samstag nämlich bei dem Umzug von meinem Theater. Wir sind in der Stadt Neubrandenburg von einem Teil der Stadt in einen anderen Teil der Stadt gefahren. Der Teil bzw. das, was wir jetzt haben, ist jetzt nicht so super, aber es ist besser, als wenn sich das Theater ganz aufgelöst hätte. Das ist so die Kurzfassung. Vielleicht erzähle ich dazu gleich nochmal mehr. Auf jeden Fall habe ich das Video hochgeladen. Ich habe auch noch zwei andere Videos hochgeladen, die beiden Videos, die ihr letzte Woche gesehen habt. Einmal meine Rezension zu verloren in der grünen Hölle und das andere Video. Der Burn-Rewrite-Rereat-Tag. Die sind beide ja auch hochgeladen, wie ihr das seht. Die sind beide pünktlich gekommen, jeweils am Dienstag und am Donnerstag. Der WV, der hatte aber irgendwelche Probleme. Also es ist ja ein bisschen länger wieder gewesen. Es waren ja 35 Minuten und da hatte YouTube über 700 Minuten gebraucht, um das Video an sich hochzuladen. Und dann macht YouTube ja manchmal noch so komische Sachen, dass wenn das Video an sich eigentlich schon hochgeladen ist, YouTube meint, er müsse das Video, er sie es, er müsse das Video nochmal extra verarbeiten, wie auch immer das funktionieren soll. Und normalerweise dauert dieses extra verarbeiten dann maximal zwei Stunden. Manchmal dauert es nur ganz, ganz kurz. Manchmal denkt man, es dauert nur ganz, ganz kurz und es dauert ganz, ganz lange. Zwei Stunden sind schon ganz, ganz lange, wenn man sowieso schon gewartet hat. Und das hat jetzt aber vier Tage gedauert. Und ich weiß auch nicht warum. Also ich habe erstmal, habe ich den einen Vegan-Vlog draufgelassen, habe nochmal einen Vegan-Vlog hochgeladen, hat wieder 700 Minuten gedauert. Das sind viele Stunden, mehr als sieben Stunden. Und irgendwie war das dann aber genauso. Dann habe ich den anderen Vegan-Vlog gelöscht, habe dann den Vegan-Vlog gelassen. Und der hat sich dann wirklich Donnerstag nachts, war der dann fertig mit diesem Verarbeitungs-Dings. Das hat wirklich vier Tage gedauert, bis der sich irgendwie, ich weiß nicht was er da gemacht hat, auf jeden Fall hat es deswegen so lange gedauert. Für alle, die meinen Vegan-Vlog nicht gesehen haben, vielleicht blende ich euch hier was ein oder ihr guckt einfach auf meinem Kanal, wisst ihr wo das ist. Ich habe darüber geredet, wie es für mich war, meine erste Reihe zum Marathon, also komplett an einem Stück zu lesen. Und ich habe auch ein paar Worte zu Robin Williams' Tod gefunden. Habe ich jetzt vorgestern, gestern, also heute gestern, aber wenn ihr es seht, vorgestern hochgeladen. Und ja, ich hoffe, dass es mit diesem Vegan-Vlog nicht so lange gedauert. Falls es aber doch so lange gedauert, wisst ihr jetzt Bescheid. Es ist keine neue Upload-Zeit, wo ich meinen Vegan-Vlog auf einmal mitten in der Woche hochlade oder sowas, sondern es hat einfach irgendwie nicht funktioniert. Es gab irgendwelche Probleme, die ich nicht verstehen muss. Und hoffen wir, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ja, zum Upload-Plan kann ich an sich eigentlich auch gleich nochmal was sagen. Ich habe für nächste Woche theoretisch zwei Videos geplant, die ich je nachdem gleich noch drehen werde. Und zwar ist das einmal eine Reihenrezension. So, da wäre eine Läufer-Trilogie. Die schriftliche Rezension habe ich schon geschrieben. Wenn sie schon online ist, dann findet ihr sie unten in der Infobox. Wenn auch nicht, dann noch nicht. Auf jeden Fall kommt, wenn alles klappt, diese Rezension am Dienstag. Und theoretisch habe ich für Donnerstag dann die Neuerscheinung für den Monat September. Ich muss aber noch gucken, wie das alles so klappt mit Dienstag und Donnerstag, weil ich am Montag ja meinen Stundenplan bekomme und dann ab Dienstag auch wieder richtig Schule habe. Mehr oder weniger. Also, falls es so sein sollte wie letztes Jahr und ich habe Dienstag wieder die Wahlpflichtfächer, dann habe ich das in der ersten Woche sowieso nicht. Also, könnte es sein, dass es dann am Dienstag alles noch klappt. Und am Donnerstag, falls da auch wieder die Wahlpflichtfächer sind, könnte es auch klappen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich Dienstag neun Stunden habe oder so. Und Donnerstag habe ich Theater. Das heißt, entweder kommt das... Also, vielleicht wird das auch ein bisschen anders. Vielleicht kommt eine Neuerscheinung auch am Freitag oder so. Müsst ihr auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall habe ich noch zwei Videos. Für diese Woche. Wo sich das ja noch so ein bisschen, so wie mein alter Uploadplan, den ich jetzt in den Ferien hatte, wo sich das noch ein bisschen hält und jetzt auch ein wenig ausklingt. Und danach wird es aber wieder so sein, dass ich nur ein Video pro Woche hochlade. Vielleicht gibt es dann auch einen neuen Tag, an dem ich das hochlade. Mittwoch würde es sich ja anbieten. Aber ich muss halt gucken, wie das so wird. Weil ich halt gucken muss, wie mein Stundenplan ist. Ich kann nämlich sonst halt wieder nur am Wochenende drehen, wo ich ja dann meist auch nicht da bin. Oder dann halt an diesem einen Tag, wo ich sechs Stunden habe, was dann gleich Mittwoch ist. Das heißt, die Videos kommen jetzt wieder erst gegen 16 Uhr oder später. Und ja, ich bitte euch, das zu entschuldigen. Aber ihr wisst ja, ich bin auch nur eine Schülerin und ich kann auch nur, naja, das machen, was ich machen kann. Ich hoffe einfach mal, mein Stundenplan wird nicht so krass schlimm und ich kriege das alles noch unter den Hut. Ich gucke mal, wie das nächste Woche wird. Vielleicht bekommt ihr dann im nächsten Weekend-Vlog dann auch schon gesagt, wie der neue Uploadplan wird, falls ich dann schon einen neuen Uploadplan habe. Und ja, so viel dazu. Wie gesagt, heute ist Samstag. Wenn ihr das Video seht, ist Sonntag. Hoffentlich. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann hat YouTube irgendwelche Probleme mit meinen Weekend-Vlogs. Ich versuche auch, dass der Vlog hier allergüsten 30 Minuten wird. Und dann gucken wir mal, was da so ist. Das ist auf jeden Fall, ja, ist jetzt, wenn ihr das Video seht, hoffentlich, wenn ihr das Video seht, also hoffentlich nicht, aber es ist halt so mein letzter, sozusagen, Ferientag. Ich habe zwar das Glück, dass ich am Montag erst um neun in der Schule sein muss. Warum genau, weiß ich nicht. Es ist, ich bin, ich bin ja jetzt Oberstufe, ich bin ja jetzt zehnte Klasse. Das ist bei uns in der Schule, also ich darf ja jetzt in den Pausen drinnen bleiben. Oh. Also das, was mich auszeichnet, dass ich jetzt Oberstufe bin, ist, dass ich in den Pausen drinnen bleiben darf. Wir durften, das war bei uns früher so, meine Schule geht ja von der siebten bis zur zwölften und von der siebten bis zur zehnten musst du in den großen Pausen und in general eigentlich allen Pausen, musst du raus aus der Schule gehen, musst du frische Luft schnappen, weil du in dieser Zeit noch als hyperaktiv giltst. Oder giltst, gilt, gelten tust. Wie ihr wisst, was ich meine? Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt, jetzt wo ich zehnte bin, darf ich selbst entscheiden, ob ich rausgehe oder nicht. Das ist ganz schön nett von meiner Schule. Also, dass ich mir jetzt entscheiden darf, ob ich jetzt Bock habe rauszugehen oder ob ich einfach im Raum drinnen sitzen bleib, jetzt können mich die Lehrer nämlich nicht mehr rausschubsen. Ja, ich fühle mich auch gleich viel erwachsener und dass ich jetzt so harte Entscheidungen treffen kann, das ist schon... also... Mal gucken, ob ich damit überhaupt klarkomme. Also, weiß ich auch noch nicht. Das wird lustig. Ich geh' wahrscheinlich trotzdem immer mal raus, weil... ich weiß nicht. Immer nur drinnen sitzt das dann auch bescheuert. Ich mein, ich sitze ja den ganzen Tag drinnen, da kann ich immer rausgehen. Und ja, naja, das ist auf jeden Fall so. Und es ist dann halt auch so, dass, wie gesagt, die Oberstufe anscheinend erst um 9. da sein muss. Also, wir haben so einen Vertretungsplan im Internet und da steht halt drauf, 7. bis 9. include... include... Wollte schon wieder Englisch reden. Inklusive 9. Klasse halt, die müssen schon oder schon oder erst um 8. da sein. Und ich muss schon oder erst um 9. da sein, was an sich für mich wieder ein bisschen kacke ist wegen den Bussen. Aber es kann sein, dass meine Mutter mich reinfährt. Das heißt, mit dem Reinkommen ist schon mal alles ganz gut geregelt. Wie ich wieder rauskomme, weiß ich nicht, weil ich nicht genau weiß, wie ich Unterricht habe. Letztes Jahr weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, es war aber so. Wir kriegen am Montag unsere Bücher, wir kriegen unseren Stundenplan und wir müssen unser Wahlfach wählen. Dann kriegen wir noch eine Ansprache von unserer Rektorin. Und vielleicht sagt uns noch irgendwie unsere Klassenlehrerin was und dann dürfen wir aber auch, glaube ich, wieder gehen. Wahrscheinlich wieder genauso gut, dass ich meinen Bus entweder gerade verpasst habe oder hinhechten muss. Und ja, mal gucken, würde ich sagen. Ich weiß also noch nicht genau, wie ich da Unterricht habe. Und ja, ab Dienstag habe ich dann aber, soweit ich weiß, auch wieder komplett richtig Unterricht. Ich habe ja dann sozusagen am Montag das ganze Material bekommen und ab Dienstag darf ich dann wieder um 5.30 Uhr aufstehen, um um 6.15 Uhr den Bus zu schaffen, um um 7.15 Uhr an der Schule zu sein, um dann um halb sieben eine zu fangen mit dem Unterricht, wo ich schon so richtig Lust drauf habe. Also, ja, mal gucken, wie das so wird. Mal gucken, ob meine Klasse erwachsener geworden ist über die Ferien. Jetzt, wo sie auch diese Entscheidungsgewalt haben, ob sie in der großen Pause rausgehen oder nicht. Vielleicht hat das ja was bewirkt. Vielleicht wird dieses Schuljahr ja ein bisschen besser als die letzten zwei. Und ja, mal gucken. Ich habe auch eine schicke neue Schultasche bekommen von meiner Mutter und meinem Vater und mir selbst. Und ja, für mich läutet das so ein bisschen eine neue, eine Art neue Ära, hört sich immer so ein bisschen bescheuert an. Aber es ist halt so, die Mittelstufe liegt jetzt ja hinter mir, wenn man das so sagen möchte. Und ich bin jetzt an der Oberstufe und ich hoffe einfach mal, dass sich jetzt einfach alles ein bisschen auch bessert und ja, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr reinhänge in der Schule, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr reinhängen kann in der Schule, dass ich nicht mehr so viele Probleme habe in der Schule. Und ja, es wird jetzt natürlich nicht einfacher. Ich meine, ich bin jetzt Oberstufe. Meine Mutter meint mir schon die ganzen Ferien lang zu sagen, dass die 10. Klasse jetzt ein Wiederholungsjahr ist, was halb richtig und halb totaler Quatsch ist. Denn wenn es ein Wiederholungsjahr ist, würden wir nichts Neues lernen. Aber wir lernen Neues, soweit ich das schon gehört habe. Ich bin ja mit einer Befreundet, die halt eine Klasse über mir ist. Das heißt, sie war halt letztes Jahr 10. Und dieses Jahr ist sie 11. Und alles, was ich mir so erzählt habe, das war so Zeugs. Da freue ich mich schon richtig drauf. Besonders in Mathe. Das wird lustig. Und ja, da werde ich auf jeden Fall mal gucken, wie das so ist. Und ich werde euch dann vielleicht nächste Woche oder in ein paar Wochen dann sagen, ob es sich anders anfühlt, jetzt 10. Klasse zu sein. Ja, ob wir neue Schüler kriegen und so, weiß ich gar nicht. Wir sind, glaube ich, ziemlich voll. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, eine von uns hat freiwillig wiederholt sitzen geblieben. Ist, glaube ich, keiner. Das heißt, wir könnten jetzt 31, 30, 29, 28 irgendwie so in Richtung Leute sein. Ich glaube, wir können auch eins oder zwei Leute aufnehmen. Bei uns auf dem Lessing ist es ja immer so, dass wir eigentlich jedes Jahr neue aufnehmen. Wir haben dieses Jahr, soweit ich das gehört habe, auch wieder sieben, äh, vier, siebte Klassen aufgenommen. Weshalb wir wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung was, also irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich freue mich schon richtig drauf auf meinen neuen Stundenplan, der mir wieder sagt, ich habe erste Stunde im Lessing, zweite Stunde habe ich im Sportgymnasium, dritte Stunde habe ich in Haus 3, dann habe ich wieder im Lessing, habe ich wieder im Sportgymnasium, habe ich wieder in Haus 3, darf dann hin und her rennen. Dann habe ich ganz oben und wieder ganz unten und wieder ganz oben und wieder ganz unten und fast nie in meinem Haus, weil die siebten Klassen da ja jetzt drin sind und wir dürfen dann jetzt rumrennen. Ähm, da freue ich mich schon richtig drauf, wieder, da habe ich so richtig Lust drauf. Am besten auch wieder in den ersten zwei Stunden gleich in Haus 3, wo ich sowieso wieder zu spät komme. Äh, naja, wir mal gucken, wie meine neue Stundenplan sie wird, hoffen wir auf das Beste, hoffen wir, es gibt gute Wahlfächer, äh, in die ich mit meiner Freundin reinkomme und, äh, ja, mal sehen. Hoffen wir, insgesamt das neue Schuljahr wird besser und, äh, ja, ich hätte da eigentlich übrigens auch mal eine Frage an euch. Und, ähm, mir wurde durch eine, ähm, Abonnentin die Idee zu einem, ähm, Schulvideo herangetragen, an mich herangetragen. Und zwar ein Video, wo ich halt so ein bisschen vorstelle, wie ich halt arbeite dieses Jahr, mit welchen Materialien, ähm, und so. Und, äh, wo ich euch dann vielleicht auch meinen neuen Stundenplan zeige und euch das vielleicht nochmal mit meinen Häusern erkläre und so. Also ein komplettes Video, ähm, zu meinem, äh, Start ins Schuljahr, äh, in meinem ersten Schuljahr der Oberstufe. Ich kann euch dann auch erzählen, wie es war, ähm, in den Pausen nicht rauszugehen, ob sich das anders angefühlt hat oder nicht. Und, äh, ja, schreibt mir mal in die Kommentare oder als PN oder auf Facebook, ihr habt da ja ganz viele Möglichkeiten, ob ihr da Bock drauf hättet. Und ich hätte da, glaube ich, Lust drauf, ähm, ich würde das machen, äh, ich kann euch dann auch meine neue Tasche zeigen, vielleicht so. Und, äh, ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr ein Schulvideo haben wollt oder nicht. Und, äh, ja, dann hake ich dieses Schulthema hiermit erstmal ab. Und, ähm, ja, ich kann da nochmal ganz kurz ein bisschen näher auf den Umzug eingehen. Und zwar ist es so, dass, ähm, ich, mein Theater ja jetzt schon seit 23, ich glaube, wir haben letztes Jahr 23-jähriges Bestehen gefeiert, also dieses Jahr fast seit 24 Jahren, äh, ich glaube auch seit 24 Jahren, äh, da steht, wo es, wo es stand, bevor wir umgezogen sind. Und jetzt sind wir halt umgezogen, weil, ähm, wir hatten die Räume sozusagen geliehen bekommen, beziehungsweise wir mussten schon dafür zahlen, glaube ich, aber, ähm, eigentlich gehörten uns die Räume nicht. Und der Vermieter, äh, der will die Räume jetzt, oder wollte die Räume jetzt zurückhaben und hat uns sozusagen rausgeworfen. Uns steht kollektiv für die GLT, ne, für meinen Theaterverein. Und, äh, ja, da mussten wir uns jetzt neue Räume suchen. Das war wohl ziemlich schwierig, weil wir wohl erst neue Räume hatten, die dann aber entweder, ich weiß nicht genau, ich hab das nicht ganz verstanden, entweder wurden wir da wieder rausgeworfen, ohne drin zu sein, oder sie waren einfach nicht das, was wir dachten, dass sie waren. So genau habe ich das nicht verstanden. Auf jeden Fall haben wir uns dann nochmal, äh, umgesehen nach neuen Räumen und haben dann letztendlich auch neue Räume gefunden. Wir sind jetzt Kellerkinder, ganz offiziell, dann komplett alle unsere Räume sind im Keller. Äh, wie genau das so wird, weiß ich noch nicht. Das, äh, bringt natürlich viele Nachteile mit sich. Äh, bestimmt auch irgendwelche Vorteile. Zum Beispiel, dass ich die GLT nicht ganz auflösen musste, sondern dass wir Halträume haben. Ich denke, darüber sollten wir ziemlich glücklich sein, deswegen will ich hier jetzt auch eigentlich nicht so rumhaten. Ich denke, man kann sich an alles gewöhnen. Äh, ich weiß auch noch nicht genau, ich glaube, wir kriegen trotzdem noch eine Bühne rein. Also, müssen wir mal gucken, wie das so wird. Und da habe ich auf jeden Fall mitgeholfen am Samstag beim Umzug. Das heißt, aus dem alten Gebäude alle Requisiten, Kleider, Tische, Stühle und Tassenteller, was man halt alles nur so hat, äh, in Kartons packen. Und nicht in Kartons packen, weil Tische in Kartons packen ist immer schwierig. Und die dann halt mehr oder weniger zum Umzugswaden koordinieren. Bei mir war das dann letztendlich so, ich bin ein bisschen hin und her gerannt. Einmal habe ich in irgendeinen Raum gefegt. Und dann stelle ich letztendlich immer noch unten, weil, äh, ich bin noch ein bisschen später gekommen, weil, äh, der Umzug schon meinte, um sieben anzufangen. Und das bei mir in den Ferien natürlich ganz schlecht ist, weil Bus zu fahren natürlich, ich meine, ich hätte wahrscheinlich mit einem um sechs Uhr, weiß ich nicht, was fahren können. Aber ich wäre um sechs Uhr, weiß ich nicht, was nicht in der Lage dazu gewesen, mich überhaupt zu bewegen, glaube ich. Und, ähm, ja, meine Mutter hat mich da letztendlich reingefahren. Ich war dann halt gegen elf da und es war schon relativ viel gemacht. Sie hatten schon einen kompletten Umzugs-Lkw voll und, äh, hatten dann sich an die oberen Räume gemacht. Und dann gibt es ja immer diesen, diesen Lift, den die, äh, Umzugsleute da haben, wo du diese Platte hast, die dann halt so hoch und runter fährt, damit du halt das Zeug nicht, äh, aus dem ersten Stock runter tragen musst. Und ich habe dann das letztendlich so gemacht, dass ich dann da stand und immer zugeguckt habe, wie das runtergefahren ist. Ich bin dann immer hingegangen zu diesem Lifting und wollte immer was nehmen. Und dann kam immer irgendein Kerl hinter mir, ähm, hat mir das dann sofort abgenommen oder hat mir das dann immer da und ja, ich habe es versucht. Letztendlich stand ich dann immer da und habe den Umzugswagen und habe geguckt, wie die, wie die Umzugsleute, ähm, die einzelnen Sachen dann so, äh, dahin gemacht haben. Weil das ist ja schon ein logistisches Meisterwerk. Es sah, es sah zwar aus, als hätten sie alles nur reingeschmissen, aber es muss ja alles halten. Die haben ja dann auch so verschiedene Seile und dann haben sie auch Decken. Und, äh, die legen sie dann irgendwie da drüber und dann machen sie das zu. Und, ähm, es sieht alles aus, als würde ich es nicht gleich erschlagen. Aber es hat einen nicht gleich erschlagen. Einmal ist fast ein Stuhl runtergefallen. Da habe ich auch ein bisschen rumgeschrien, um die Leute zu wahren natürlich, um wegzuspringen. Äh, obwohl es möglich gewesen wäre, dass mich vielleicht sogar in der Stuhl getroffen hätte. Aber sie haben ihn noch rechtzeitig festgehalten. Und, ja, drüben dann, also das war Teil 1 des Umzugs, sozusagen aus der GLT alles Zeugs in die Umzugswagen legen. Und dann, äh, war Teil 2 halt sozusagen hinzufahren zu unseren neuen Räumen und alles aus den Umzugskartons in die, äh, neue GLT zu verfrachten. Und, äh, wie ich hier gesagt habe, ist es ja halt, ähm, ein Keller-Dings und ein Lift funktioniert leider nicht wirklich in beide Seiten. Also, von oben nach unten was holen ist gut, von unten, äh, von oben nach unten was bringen. In den Keller ist schwierig und deswegen hat das natürlich nie so gut funktioniert. Auf jeden Fall, ähm, war es so, dass wir dann, äh, eine Kette gebildet haben für die ganzen Kartons und Stoffe und so. Und, äh, man muss vorstellen, es gibt dann halt da so eine Art, es ist keine komplett runde Treppen mehr, so hier so, so, so eine Treppe, so, 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 so. Und da standen dann halt, ähm, wir alle und haben dann halt die Kartons immer weitergegeben. Ich kam mir immer vor wie, wie so ein, wie so ein Oompa aus Charlie's Chocolate Factory. Und, ähm, ja, ich habe aber irgendwie nicht wirklich gut gegessen gehabt am Morgen und mir war dann auch kurzzeitig schlecht. Ähm, was dann aber auch zum Glück wieder weggegangen ist, nachdem ich dann letztendlich doch was gegessen habe und ein bisschen was getrunken habe. Und so habe ich dann doch noch den ganzen Umzug, äh, mitgemacht. Ähm, zum Glück, muss ich zugeben, äh, ging es bei dem Umzug nur darum, das ganze Zeug aus den LKWs wieder nach unten zu bringen, was auch schon ziemlich schwierig war. Wir mussten ab und zu anhalten, weil unten halt auch weniger Platz ist und man die ganzen Kartonstartien auch irgendwo hinrollen muss. Und, äh, das Gute an dem Umzug war halt, dass es nicht auch noch dazugehörte, dass wir die Kartons auspacken. Das machen, ähm, die Leute jetzt nämlich noch da. Ich habe mich zwar eigentlich dazu entschieden, dass ich auch noch helfen will, aber ich muss mal gucken, wie das so ist. Ähm, wie gesagt, nächste Woche mit meinem Stundenplan und so. Und, äh, ja, auf jeden Fall, diese Woche üben wir dann auch noch in unserer alten GT, die Technik, die Scheinwerfer und so, die sind alle noch da. Ich habe nächste Woche auch, ähm, zwei Auftritte. Zwei Auftritte an zwei Tagen. Mein komplettes Wochenende ist nämlich schon wieder weg. Ähm, und dafür haben wir eine einzige Probe. Nächste Woche eine einzige Probe haben wir. Ich habe mir meinen Text seit sechs Wochen nicht angeguckt. Ich kann ihn bestimmt, wenn ich mir ihn nochmal angucke oder so. Aber, äh, Puh, Entschuldigung. Hm. Auf jeden Fall habe ich mir den Text seit sechs Wochen nicht angeguckt. Und ich gebe, gebe das auch gerne zu, weil ich hatte Sommerpause, ich musste mir das nicht angucken. Und auch garantiert alle anderen aus der Gruppe haben sich den Text sechs Wochen lang nicht angeguckt. Und jetzt haben wir eine einzige Probe am Donnerstag, um dann gleich am Samstag und am Sonntag zum Viertorefest zwei Auftritte zu haben. Mit Headsets. Das wird lustig. Da muss ich genauer noch mal gucken. Wenn ich, ich weiß noch nicht, wie ich drehe. Entweder drehe ich dann am Samstag oder ich drehe ich dann am Freitag vor. Aber das ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, weiß ich nicht. Da graust es mir noch so ein bisschen davor, weil erstens hasse ich es grundsätzlich mit Headsets zu spielen. Da muss ich sowieso noch rubschreien. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache mit dem Headset. Äh, und, äh, naja. Und dann haben wir halt nur diese eine Probe. Und, äh, das ist alles irgendwie schon wieder ein bisschen, naja. Aber das heißt natürlich, dass wir uns umso mehr reinhängen, umso mehr anstrengen müssen. Ich werde natürlich nur versuchen, mir meinen Theatertext vorher anzugucken. Sehr wahrscheinlich werde ich das aber nicht wirklich machen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich, glaube ich, gar nicht weiß, was mein Theatertext überhaupt ist. Was dezent kacke wäre. Aber, äh, das werde ich schon irgendwie noch hinkriegen. Und, ja. So ist das auf jeden Fall. Und, äh, das ist so meine nächste Woche. Und meine letzte Woche, meine letzte Woche sonst noch so. Neben dem Umzug ist nicht wirklich was passiert. Außer, dass ich am Donnerstag im Kino war. Ich habe mir Lucy angeguckt mit einer Freundin. Ähm, den wollte ich eigentlich sowieso nicht unbedingt sehen. Als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, puh, voll der coole Film. Muss ich mir den gucken. Dann habe ich mir ein paar Kritiken dazu angehört. Und dann war es halt so, hmm, muss ich mir wohl doch nicht angucken. Aber, äh, es kam sonst nur Scheiße im Kino im Moment gerade so. Also jetzt bald. Nächste Woche kommen zwei richtig geile Filme raus, die ich beide gucken muss. Guardians of the Galaxy und Can a Song Save Your Life. Und, äh, dann kommen noch viel mehr geile Filme, die ich alle sehen muss. Aber jetzt gerade, jetzt so, ist nichts mehr großartig Gutes, was man sich angucken kann. Und deswegen haben wir es jetzt endlich doch Lucy angeguckt. Und ich kann, äh, jedem von euch sagen, dazu brauche ich ja keine Review großartig machen. Es ist mal ein Film für einen unterhaltsamen Abend, wenn man sich mal ein bisschen berieseln lassen möchte. Aber ihr braucht euch den nicht im Kino anzugucken. Das ist ein bisschen Geldverschwendung, würde ich schon sagen. Äh, denn an sich, die Effekte, die so sind, sind halt natürlich sehr, sehr gut. Und natürlich ist alles, es ist ein Film, der ist, es kommt 2014 raus. Also die Technik ist natürlich schon relativ weit fortgeschritten. Was sie da so alles macht und so, sieht alles sehr flüssig aus, sage ich es jetzt mal. Ähm, also von den Effekten her und auch von den Actionsequenzen. Es gibt zum Beispiel auch eine Art, Performancejagd würde ich das jetzt nicht sagen, aber so eine Art Speedrace durch Paris. Und das ist alles ganz gut gefilmt, hat mir alles sehr gut gefallen. Durch die Storys irgendwie ein bisschen flach und für den Arsch. Es geht halt darum, dass sie, äh, Lucy durch Drogen, die, äh, naja, ich will euch nicht zu viel verraten, aber durch Drogen, ähm, erweitert sich sozusagen die Kapazität ihres Gehirns, beziehungsweise es wird ja gesagt, dass der Mensch nur 10% seines Gehirns nutzt. Und durch diese Drogen beginnt sie halt, äh, 100% ihres Gehirns zu nutzen. Äh, ab, also, erst benutzt sie 20, dann benutzt sie 39, dann benutzt sie 50, dann benutzt sie, weiß ich nicht wie viel und so. Irgendwann ist sie dann mal 100% und, äh, sie macht dann ganz viele verschiedene komische Sachen. Zum Beispiel, was man auch im Trailer sieht, ist es ja dann so, dass sie ihre Haarfarbe ändern kann und auch ihre Haarlänge. Sie hat normalerweise in dem Film kurze blonde Haare, äh, lockige, kurze blonde Haare und dann auf einmal kann sie sich lange braune Haare wachsen lassen, äh, und das ist halt, ähm, und so Sachen passieren dann halt auch, und im Trailer auch unter anderem kann sie, ähm, Telekinese hat sie zum Beispiel, sie kann die Waffen von den Leuten, die sie bedrohen, alle an die Decke schmeißen und es wird halt alles damit erklärt, dass sie halt immer mehr Prozent ihres Gehirns erreichen. Das geht schon in eine ziemliche Science-Fiction-Wunschvorstellungs-, weiß ich auch nicht, was das ist. Und, äh, weiß ich nicht, das Ende war auch ein bisschen ziemlich für den Arsch. Also, weiß ich nicht. Der Film kann unterhalten, vielleicht, wenn man sich ein bisschen mehr auf die Effekte konzentriert, wenn einem die Story eigentlich scheißegal ist, aber wenn man auch ein bisschen mehr auf Story Wert legt und ein bisschen unterhalten werden möchte, auch insgesamt im Komplettpaket, dann ist das nicht so, weiß ich nicht. Naja, weiß ich nicht. War halt so, ich war mit meiner Freundin im Kino, ich hab ein bisschen mit meiner Freundin gequatscht, wir waren dann später noch einen Kaffee trinken. Das war eigentlich alles ganz cool. Also, an sich hat sich der Tag schon gelohnt, aber, äh, naja. Ich denke, Guardians of the Galaxy wird ein besserer Film. Hm, ja, so, und, äh, dann hab ich gestern noch bei der Lesenacht, also gestern, für euch vorgestern, bei der Lesenacht von Shoki Books teilgenommen und hab mein 10es Buch in den Ferien gelesen. Und zwar hab ich gelesen Der Tag wird kommen von Nina Vogt-Ostiel. Ostiel, das ist eine Norwegerin, glaube ich. Hoffe ich. Warte. Bla 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 bla. Oslo. Oslo ist die Hauptstadt von Norwegen. Ja, also ist, glaube ich, Norwegerin. Hab ich gelesen und, äh, ist ein eigentlich sehr gutes Buch. Ich schwanke noch zwischen 5 und 4 Sternen. Ich werde das wahrscheinlich, äh, die Woche vielleicht die Rätsel dazu schreiben. Äh, es geht auch in eine komplett andere Richtung, als ich gedacht habe. Genauso wie Beleinwurm, das ich auch gelesen habe, mit der Intention. Äh, es geht darum, dass sie verfolgt werden im Walden. Letztendlich ging es unter anderem darum, äh, was passiert, wenn man im Koma ist. Das ist ganz krass gewesen. Ähm, und hier geht's, hab ich halt gedacht, es geht so ein bisschen um Mobbing und darum, äh, dass, naja, eher halt sozusagen, also es geht um, es beschäftigt sich mit der Frage, hab ich gedacht, was auch stimmt, ähm, ob man böse geboren wird oder ob die Gesellschaft einen böse macht. Und, äh, ich dachte so ein bisschen, es geht um Mobbing und dann letztendlich endet es sozusagen darin, dass zum Beispiel der Junge den Amoklauf macht oder, äh, irgendwas in der Richtung. Und, ähm, ich werde natürlich nichts erzählen, was am Ende passiert. Aber es geht nicht ganz in diese Richtung. Es ist sogar ein bisschen damit verbunden, dass, äh, naja, äh, Zukunfts, äh, Visionen, also es geht darum, dass unter anderem, äh, der Protagonist in diesem Buch, Hans-Peter, ähm, Post aus der Zukunft bekommt. Und, äh, sich mit einem Mädchen aus der Zukunft unterhält. Und, ähm, ja, es ist nicht so Science-Fiction, wie ihr denkt. Es ist auch nicht so Kinderbuch, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Äh, es ist auch was Bewachsenen. Ich kann eigentlich jedem empfehlen, sich das zu kaufen und durchzulesen. Das ist ja auch relativ dünn. Kostet halt nur leider, äh, 15 Euro, weil Hardcover und so gibt's leider nicht im Taschenbuch. Aber, äh, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, regt zum Nachdenken an. Und, äh, ja, ist auch mein zehntes Buch in den Ferien. Wie gesagt, ich hab zehn Bücher in den Ferien gelesen. Das war eine kleine Wette, die ich auch mit jemandem hatte, den ich jetzt aber wahrscheinlich nicht wiedersehen werde. Hoppala. Und, äh, egal. Auf jeden Fall hab ich mir dann noch ein Lesezeichen gekauft, äh, als ich unterwegs war, um mir ein Hausaufgabenwerb zu kaufen, was niemand in der Stadt hatte, was wir bestellt haben, was jetzt angekommen ist. Und zwar ist das eins von Librix mit so einem Gummiband. Und, äh, davon hab ich ja schon das hier, das ich mir nochmal neu gekauft hab, weil von diesen Gummiband-Lesezeichen kann man ja nicht genug haben. Äh, beide gab's so 99 Cent, da muss ich natürlich zuschlagen. Das Rote hier find ich besonders schön, weil, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber hier diese Blumen, das ist so, 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 keine Ahnung, wie man das nennt. Ich nenne es jetzt mal Samt, wahrscheinlich heißt es nicht Samt. Äh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich euch das so hinhalte, ne, ne, also es hat hier so Stoff drauf und, äh, ich find's ganz schön und hab's auch eingeweiht mit der Lesenacht von Schoki Books. Damit hab ich nämlich Der Tag wird kommen gelesen. Und das hier könnt ihr ja bestimmt schon, das ist das Lesezeichen, was ich sowieso gerade benutze. Beziehungsweise, das ist das Neue, das ist das Lesezeichen, was ich sowieso gerade benutze. Jetzt hat es ein Zwilling. Yeah! Und, äh, ja, das war auf jeden Fall so meine Woche, was ich also gemacht hab, meine kommenden Wochen und, ähm, ja, damit sag ich auch Tschüss und wir sehen uns auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung, das ist mehr oder weniger abrupt der Ende. Ich hab mir gerade gesehen, wir sind bei 28 Minuten und wenn ich jetzt noch das Intro reinschneide und das Outro und die Endcard, dann sind wir bei einer halben Stunde und wie gesagt, ich versuche das möglichst so zu machen, dass das Video hier am Sonntag online kommt und wenn das am Sonntag nicht online kommt, dann raste ich aus. Und deswegen, ähm, mach ich jetzt ein bisschen schneller und ihr wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Unter mir findet ihr meine letzten beiden Videos. Da müsst ihr einfach nur draufklicken, dann kommt ihr dahin. Das ist unter anderem meine Rezension zu Verlone an der grünen Hölle von Ute Jäckle und mein Burn Reride Rerate Tag. So ein bisschen wie, ähm, Kiss, Marry, Kill und ganz ohne Infobeschreibung findet ihr alle wichtigen Social Media Links wie Facebook, Instagram, Goodreads, Twitter und der Link zu meinem Blog. Und, äh, dann danke ich euch fürs Zusehen, äh, wünsche euch ein wunderschönen Tag, Nacht, Nachmittag, Morgen, Mitternacht. Kannst ihr immer angucken und, äh, ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.